moin ich bin es mal wieder mit einem neuen video und heute mit einem erfahrungsbericht zum akkustaubsauger von roventa dem air force 360 nach ungefähr vier wochen nutzungszeit ja ich habe das gerät jetzt fast täglich benutzt da ist mir so einiges aufgefallen und da möchte ich euch das natürlich heute einmal erzählen da sind so positive und negative dinge aufgefallen und ja dann fange ich einmal an bevor ich mit dem erfahrungsbericht an sich anfange stelle ich euch einmal noch das gerät vor dann gehe ich einmal durch das zubehör und ja dann erzähle ich euch halt die dinge die mir aufgefallen sind so und dann gehen wir einmal zu dem gerät an sich ihr seht dabei dass ich das teil nicht geleert habe also das war mir jetzt soweit egal das muss nicht unbedingt hier picobello sauber sein man sieht dass das gerät benutzt wurde und ja so also grundsätzlich zum gerät an sich optisch sieht das teil aus wie so eine laser kanone also wirklich sehr futuristisch wenn man gleich hier losballern oder lossaugen grundsätzlich kann man sagen dass die verarbeitung sehr sehr gut ist das gerät besteht im grunde komplett aus kunststoff und hat aber trotzdem ein stattliches gewicht ich würde jetzt nicht sagen dass es schwer ist aber es wiegt schon man merkt es natürlich ist das auch dem geschuldet dass hier ein wirklich dicker akku drin ist man sieht hier 21,9 volt ja und das teil hält wie hier angegeben 20 minuten teilweise mehr als 20 minuten aber grundsätzlich wie gesagt eine richtig gute robuste verarbeitung ich denke mal wenn das gerät mal runter fällt oder so dann ist es nicht gleich kaputt also da das ist schon wirklich sehr vernünftig verarbeitet da kann man nichts negatives sagen ja und wie gesagt ein dicker akku verbaut hier dann halt der schmutz auffang behälter hier oben ist so ein hebel zum entriegeln und dann öffnet sich halt hier so eine so ein bereich wo man den filter reinsetzen kann und unten kann man damit mit diesem hebel hier diese diese klappe öffnen da muss man nebenbei aufpassen dass das gerät halt irgendwo ist wo man halt diesen ganzen schmutz dann alt runter fallen lassen kann ich war beim ersten mal zum glück über dem waschbecken und da als ich das dann betätigt habe das geht da nicht einfach so leicht auf sondern das springt richtig auf und dann fällt natürlich auch der ganze schmutz raus außer der der sich hier so ein bisschen verfängt die muss man dann halt diesen schmutz kann muss man dann halt raus fummeln mit den fingern oder was auch immer halt dann hier ist soweit auch alles vernünftig verbaut hier hat man so eine taste eine boost taste damit kann man halt mehr leistung anfordern mit dieser taste und ansonsten hat man hier eben vorne diesen bereich wo man halt die verlängerung das verlängerungsrohr hier so eine bürsten aufsätze da hat man zwei stück von oder eben die bodendüsen anschließt und ja ich habe hier halt diese bürsten aufsätze ran gemacht um dann zum beispiel auf dem tisch mal irgendwie schnell abzusaugen das ist wirklich sehr gut um irgendwelche hartigen hartnäckigen schmutz partikel oder was auch immer halt was ich so ein bisschen festgeklebt hat abzubürsten und ja soweit zu dem gerät an sich dann kommen wir einmal zum zubehör da fange ich einmal mit der bodendüse an und ja die ist auch gut verarbeitet besteht natürlich auch aus kunststoff auch wegen dem gewicht natürlich aber soweit ist sie wirklich robust und gut verarbeitet nichts klappert großartig außer eben natürlich hier diese beweglichen teile da knirscht das vielleicht ein bisschen aber das ist soweit normal ansonsten sieht man hier halt diese verriegelungstaste wenn man das teil halt ans rohr anschließt dann verriegelt das hier und dann kann man das hier mit wieder entriegeln ansonsten sind hier solche dicken gummi reifen bzw räder damit kann man gut über halt glatte flächen laminat und so weiter fahren natürlich auch über teppich aber gerade so auf glatten flächen ist das dann sehr sehr gut zum fahren dann sieht man hier noch so eine integrierte bürste die dreht sich halt während der benutzung und da komme ich aber auch gleich noch zu und dann hat man hier noch eine led beleuchtung da dachte ich mir zunächst auch einmal das ist eher eine spielerei ist aber als ich dann halt bereiche abgefahren bin oder abgesaugt habe die nicht so gut beleuchtet sind da hat man dann doch sehr sehr viel dreck gesehen was normalerweise immer ja nicht abgesaugt wurde weil man die einfach nicht gesehen hat und das ist wirklich sehr sehr gut eine richtig gute idee so weit zu dieser düse der bodendüse dann komme ich einmal zu der kleinen schwester der bodendüse der großen bodendüse das ist im grunde das teil halt in einem kleineren format ohne led beleuchtung aber dafür eben auch mit dieser bürste hier auch mit dieser öffnung und ansonsten soweit halt ähnlich alles natürlich auch aus kunststoff aber auch sehr sehr robust damit kann man schon mal irgendwo anditschen und das geht nicht gleich kaputt dann kommen wir einmal zu der letzten düse der bodendüse also beziehungsweise besser gesagt der sofa lüse oder der dem sofa brash das ist halt für sofas gedacht oder polstermöbel was auch immer oder im auto und da sieht man halt hier das ist keine bürste hier sondern ebenso ein so ein stoff überzug und da sammelt sich halt sehr sehr viel dreck das kann man schön abziehen immer haare fussel was auch immer geht auch gut dann haben wir hier einmal ein verlängerungsrohr das ist auch sehr praktisch um dann eben an höhere bereiche zu kommen oder hinter irgendwelchen möbeln dann kann man hier auch noch mal diese diesen bürsten aufsatz befestigen und dann irgendwo halt drum zu bürsten das geht auch gut nebenbei angemerkt muss man diese bürsten diese bürsten aufsätze nicht entfernen wenn man hier die düse dran machen kann ran machen möchte das geht ohne probleme so und dann kann man hier mal schnell blühe dingster bürsten was ich dabei ja gerne hätte wäre dass das teil ein teleskoprohr wäre weil so dass es jetzt leider nicht ausziehbar und wenn man zum beispiel höhere bereiche allerdings erreichen möchte dann geht das halt nur eben maximal mit dieser länge und irgendwelche weiß nicht alt bauten oder so wo es wirklich sehr sehr hoch ist da wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig dann haben wir hier einmal noch diese beiden düsen das sind solche düsen für halt enge bereiche wo man halt einmal mit dem teil oder einmal hier mit so einem bürsten aufsatz herankommt und halt überall dann in enge bereiche absaugen kann oder in engen bereichen absaugen kann dann haben wir hier noch ein filter das ist ein ersatz filter einer ist schon im gerät eingebaut beziehungsweise rein gesteckt wurden und hier halt noch mal ein separater die kann man waschen die filter das ist auch sehr schön und ja so und dann kommen wir hier noch zur wandhalterung die habe ich noch nicht verbaut beziehungsweise befestigt aber grundsätzlich kann man hier das gerät rein machen hier gibt es zwei solche kontakte darüber kann man das gerät laden und dann kann man hier noch zwei der häufigst benutzten düsen befestigen und dann macht man hier das netzteil ran und dann kann man kann das teil hier an der wand irgendwo befestigt werden nebenbei sei angemerkt dass das gerät nicht nur über die wandhalterung sondern auch alleine aufgeladen werden kann weil hier ein anschluss ist also da kann man halt variieren so dann bin ich einmal durch mit den ganzen gerätschaften und dem zubehör und dann erzähle ich euch wie ich dann halt angefangen habt zu saugen grundsätzlich habe ich das gerät erstmal komplett aufgeladen das hatte ungefähr beim ersten mal zwei stunden gedauert oder anderthalb sagen wir mal und nach dem benutzen wenn ich schon beim akku bin hat das dann immer so ungefähr sagen wir mal 30 minuten gedauert und dann war der akku dann meistens wieder voll dabei sieht man immer wenn das teil lädt hier solche blauen leds die leuchten und wenn er dann fertig ist mit dem laden dann hören die leds aufzuleuchten und ja was das teil dann fertig geladen war habe ich dann halt das verlängerungsrohr angeschlossen und habe dann fröhlich losgesaugt ich habe angefangen hier mit dem teppich hier in der wohnung und das ist so ein lang floor teppich wo ich mir schon sorgen gemacht habe ob das überhaupt funktioniert weil eben die bürsten halt auch verbaut sind und natürlich ein akku staubsauger da geht man davon aus dass er halt nicht so viel power hat und so weiter aber da hat mich das dann doch verwundert es funktioniert und zwar sehr gut so gut sogar dass ich halt seit vier wochen meinen boden staubsauger auch mein robbie mein staubsauger roboter der fährt zwar immer noch fröhlich seine runden aber grundsätzlich ist das teil jetzt hier mein hauptgerät geworden insbesondere auch finde ich es sehr sehr gut dass man das gerät einfach mal schnell nimmt und nicht extra halt ein kabel raus ziehen muss anschließen saugen dann hat man ständig dieses kabel gewirr und sowas also das war wirklich sehr sehr gut so naja jedenfalls habe ich hier den teppich abgesaugt das funktionierte schon sehr sehr gut ab und zu mal hat man doch mal gehört dass die bürste sich so ein bisschen verheddert hat hier in der bodendüse aber das kommt natürlich mal vor und als ich dann fertig war mit dem teppich und dann in der küche zum beispiel mit dem pvc es wurde alles abgesaugt und so weiter hat mich natürlich auch der schlag getroffen wie viele haare hier sich ansammeln das ist jetzt zwar nicht vom ersten mal da waren noch mehr habe aber hier sind extrem viele haare die ich mit meinem normalen boden staubsauger merkwürdigerweise nicht absaugen konnte beziehungsweise nicht ja weggesaugt habe da komme ich auch gleich noch mal zu einem sehr sehr guten trick von roventa wie man das hier dann auch leicht entfernt aber grundsätzlich fand ich die leistung die saug leistung von dem gerät wirklich sehr sehr gut dann habe ich das gerät noch auf laminat boden bei meiner freundin ausprobiert und auch fließen das war natürlich auch wunderbar also wenn wenn das gerät hier schon auf dem teppich nicht versagt und ohne probleme absaugt dann funktioniert jetzt natürlich auch auf laminat und fließen dann habe ich das gerät auch im auto ausprobiert und dann natürlich dann auch mit den düsen hier für diese engere bereiche und da habe ich dann halt unter anderem die fußmatte abgesaugt das war natürlich ein bisschen schwierig weil da auch eben dreck und blätter und gräser und so weiter alles eingedrückt waren in den fußmatten das waren solche stoff fußmatten das war natürlich ein bisschen schwierig aber es hat schon fast alles raus gesaugt das gerät dann habe ich hier noch die diese sofa bürste bzw so verdüse ausprobiert auf den sitzen im auto das hat auch gut funktioniert da kann man auch nichts negatives sagen grundsätzlich so weit zu den ganzen dingen die ich so eben abgesaugt habe dann als kleiner hinweis natürlich als ich dann das erste mal hier abgesaugt habe habe ich dann wie schon gesagt diese ganzen haare hier in der bürste und da habe ich mich erst mal gefragt wie ich das überhaupt entferne aber hier sieht man halt hier so eine entriegelung oder verriegelung die zieht man hier raus und dann kann man diese abdeckung hier entfernen und ich glaube das hat man eben gerade hier nicht gesehen hier diese verriegelung so und dann kann man diese abdeckung entfernen und dann kann man die bürste hier aus der führung entnehmen und wenn man das dann gemacht hat das mache ich mal kurz so und dann hat man hier einmal die bürste und hier sieht man solche schienen und dann nimmt man einfach eine schere und führt hier von außen hier rein und schneidet hier dann komplett durch das ist wirklich sehr sehr einfach gemacht beziehungsweise sehr schlau gemacht von roventa normalerweise müsste man jetzt die ganzen haare irgendwie abkriegen und abfummeln und so weiter das muss man danach natürlich auch wenn man die zerschnitten zerschnitten hat aber es ist deutlich einfacher weil sie einfach hier nicht mehr halten und das ist sehr schön gemacht mit dem teil und ja da hat man dann halt hier eins zwei stück sind das jetzt zwei solche führung schienen wo man eben einmal schneiden kann und das geht deutlich einfacher ich habe auch ein staubsauger roboter und da ist so eine böse also bei dem gar nicht mal sondern bei dem i life v7 und da ist auch eine bürste eingebaut da gibt es so eine führung schiene halt nicht da muss man wirklich schwierig immer diese ganzen haare ab machen beziehungsweise herausfummeln und ja wenn man das eben wie gesagt einmal zerschnitten hat dann geht das sehr sehr einfach natürlich wie gesagt ein bisschen fummeln muss man trotzdem aber es geht einfacher deutlich einfacher das ist eine sehr sehr gute idee von roventa da muss man sagen die haben sich so ein bisschen was dabei gedacht grundsätzlich zum gerät bin ich sehr sehr positiv beeindruckt von dem gerät die leistung ist auf jeden fall sehr sehr gut insbesondere auch die akkulaufzeit die 20 minuten die beworben werden die hält das gerät locker durch teilweise mehr natürlich wenn man die boost taste drückt ständig betätigt dann kann es schon mal vorkommen das ist halt nicht ganz so lange dauert aber grundsätzlich kann man schon sagen um die 20 minuten werden soweit grundsätzlich eingehalten was ich gesagt hatte hier mit dem teil mit dem mit der öffnung da muss man ein bisschen aufpassen aber ansonsten ist es halt wenn man das einmal gemacht hat ist soweit alles okay was mir aufgefallen ist während der benutzung bin ich des öfteren an diesen boost knopf gekommen unbeabsichtigt da würde ich mir wünschen dass roventa hier vielleicht ein bisschen das irgendwie anders platziert zum beispiel hier links so dass man halt mit dem daumen das teil aktiviert also macht man hier zwar auch aber hier würde man nicht aus versehen gegen kommen und hier bin ich doch regelmäßig oder oder zumindest irgendwie zweimal während eines saugungs gegen gekommen und das ist halt nicht ganz so optimal finde ich ansonsten fällt mir soweit nichts negatives ein zu dem gerät wie gesagt die saugleistung ist super akkulaufzeit ist super verarbeitung ist super zubehör man hat extrem viel zubehör dabei dann halt so pfiffige details halt wie das hier ich weiß nicht ob ich habe jetzt noch keinen großartigen akkusauber in dieser preisregion gehabt aber das ist schon ein bisschen teurer das teil die günstigen weiß ich nicht ob die da halt auch solche bürsten haben mit solchen details aber grundsätzlich kann man das gerät halt auch nicht mit günstigen vergleichen weil die einfach viel weniger leistung haben viel weniger akkulaufzeit und so weiter zum fazit das gerät kann ich komplett empfehlen was auch positiv noch zu erwähnen ist ist dass roventa zehn jahre reparatur fähigkeit garantiert sprich man kann zehn jahre nach kauf noch ersatzteile für das gerät erhalten zum beispiel als verschleiß teil sei erwähnt der akku das ist zum beispiel sehr wichtig den kann man aber auch laut roventa ja halt einfach ausbauen ob das jetzt der käufer an sich machen soll oder nicht wie auch immer weiß ich jetzt nicht aber grundsätzlich ist hier alles reparatur freundlich gebaut und das kann man natürlich dann auch als sehr sehr positiv bewerten insbesondere halt bei geräten die man ja geplante obsoleszenz und so weiter diese ganzen geräte die man halt benutzt und irgendwann mal nach zwei jahren wenn die garantie bzw gewährleistung abgelaufen ist dann wegschmeißen muss man wenn es dann nicht mehr funktioniert und das so weit da denke ich geht roventa den richtigen weg das führt natürlich auch zu einer guten bewertung der kunden hinsichtlich der roventa produkte und dann empfiehlt man sowas auch eher mal soweit zu diesem roventa air force 360 akku staubsauger ich bin soweit durch mit meinem erfahrungsbericht falls ihr das video interessant findet dann würde ich mich freuen wenn ihr einen daumen hoch und ein abo da lassen würdet ansonsten bedanke ich mich fürs zusehen und sage tschüss brする br 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 Vielen Dank.